herzlich willkommen bei anno 1800 es geht weiter wir aber ich wollte langsam anfangen hier die uhrenproduktion anzukurbeln das heißt ich habe schon mal ein bisschen gold angesammelt damit ist nicht viel aber ich weiß nicht viel wie hoch die produktion ist aber mir fällt auf cool okay das relativ grenzwertig noch hier fehlen die rohstoffe weil hier ist relativ viel gebraucht wird und ja mal gucken es gibt wirklich ein bisschen kellerwald goldbau und projekten sei ja ist ja klar kohle das heißt überall schon bei mir außer hier ist relativ viel kohle dann muss ich noch eins noch anschließend noch feuer wütet in einer ihrer fabriken das heißt hier kann ich noch mal füge noch mal an um einschließen aber es kraft habe ich ja auf diese linie ja noch deswegen fange ich einfach an langsam mal hier die goldproduktion anzukurbeln gleichzeitig mal auch die uhren so ich habe ja gesagt hier unterhaltskosten hier schon hier drinnen fangen schon mal langsam mal an startet die maschinen fängt diese nur noch schön in radios noch und jetzt fangen sie an hier langsam gold herzustellen ich weiß gar nicht wie viel ich davon benötige weil wir jetzt spätestens bald wissen so ich fahre jetzt schon hier autos flammen wurden gelöscht cool so und wenn das hergestellt ich weiß nicht aber gold haben hier habe ich richtig viel aber ich will nicht wissen wie da wo verbrauch ist so goldproduktion habe ich schon mal bis angekurbelt schon ich weiß nicht wie die verhältnisse ist minute 30 ok ich glaube eine schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt wird schmelze kann glaube zwei auch relativ knapp ich will es ja gleich sehen wie viel überschuss habe deswegen holen wir sind so grenzwert nicht gold getritt langsam runter so aber mal gleich mal gespannt es fällt immer schwer dort anzuknüpfen wo man aufgehört hat so ich möchte eigentlich eher ein neuer auftrag so aber ich glaube die erste ladung muss ich doch gleich haben mal gucken fahren und acht tonne erst dann bin ich gleich gespannt so ein schiff erst mal acht tonne habe ich schon mal drinnen dieses ist aber eigentlich nicht ich habe zwei schmelzen und drei schmelzen habe alles bereits ein neuer auftrag auf ihren befehl auf ihren befehl ein schlag ins wasser was sollt so erwarten neue horizonte auf ihren befehl ich bin bereit so ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt das ist relativ alles plus minus eins ist erstmal nicht so schlimm aber unprofessionals schon mal angekoppelt jetzt fange ich langsam an diese fleckchen mal umzubauen die drei lassen ich lasse es mal alles hier komplett verbrauchen hier möchte ich ja auch noch mal weiter machen das und 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 das dann würde ich auch die ganzen hier wegkreisen so dass ich das jetzt hier diesen ein bisschen schöner hier so das jetzt mal so dass jetzt erstmal hier ist gleich nach und nach verbraucht dann fang ich hier bei den schweine zucht auch langsam an wegreißen so die insel soll doch immer noch mal schicker werden ich komme die die ganzen die mal hier das ich verstehe ich nicht worum ich da das nicht hingebräut hat so lasse ich alles hier verbrauchen dann würde ich jemanden hier anfangen machen die museum um kohen zu bauen so die goldenen sommer uhren habe ich jetzt hier drinnen ich bin durchaus zufrieden danke sehr so jetzt habe ich mal schon das schon befrieden zu stellen schmuck ist das leider das problem da brauche ich auch tonnenweise gold und da brauche ich muss ich perl anfangen perl herzustellen und so viel gold habe ich erstmal so nicht auf die hohe kante ich glaube ich muss doch mal hier rinder fahren mal hier ins zimmer ich glaube ich rinder baue ich hier an nicht mal warte mal rechter zu reinbauen reinbauen habe ich nicht so aufgelagert weg so das würde ich mal anfangen mal die feierlichkeiten sind wir in der jahre zu bauen wenn die attraktivität ihrer stadt hat sich verringern ich würde sowas immer zu auch mal bezüglich zu neigen trotzdem die rinder wieder voll habe propika habe ich fast null aber propika kann ich hier auch anbauen fast voll aber also komm baue ich die rinder hier an habe ich noch richtig viel platz noch muss ich mal probieren wie ich eine schöne ecke finde ich glaube jetzt baue ich hier an die rinder braue ja nicht so extrem viel mal gucken wie habe ich die grünste mehr gebaut mal gucken so fast in L-form so ich bin bei der der ich bin mit der ich bin du und und das Das passt nicht mehr, wenn da mal ein Wagen zu passen wird. Das ist schon ein bisschen fertig. Das ist schon fertig. So, diese Ecke habe ich nun auch schon verbraucht. Und wir jetzt da um weitergehen. Dann brauche ich plötzlich zu viel Einwohner. Hab ich immer das was verpasst? Frisch wie eine... Na ja. So, ich will mir noch ein paar Rehner noch anbauen. Würde ich hier immer jeden Eck in den Körbe hinpatschen? Nee. So. Du willst heiraten? Nee. So. einheitlich aus das ist einheitlich aus so und das reicht das heute so wir sagen wir haben immer ein bisschen erreicht nächste folge will ich mal hier bis weiter rinder einbauen deswegen will ich hier ein bisschen ein bisschen rinder und ein bisschen mehr paprika anbauen um das diesem bereich zu entlasten wie würde ich wenn ich noch ein paar rinder zusätzlich noch einmal anbauen jetzt merkt man die schweine ergebnisse ich brauche keine schweine zucht mehr das ist ein bisschen im keller und plus zwei das ist super das heißt ich könnte eventuell noch ein paar aufsteigen noch aber das machen wir jetzt mal in der nächsten folge wir sagen haut rein bis nächstes mal ciao ciao